Ja, hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid Phantom Pain mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und ich fange jetzt mal hier an. Wir haben einen neuen Begleiter! Haha. Tridog, ich habe ihn mal entsprechend ausgerüstet. Huch, ich bin gegen das Mikro gekommen. Fahrzeug auswählen. Habe ich noch nicht. Charakter auswählen. Uniform, eine Kopfoption gibt es auch noch. Na gut. Gut, den Rest haben wir alles soweit. Ich werde jetzt den Mother Base Sondaten befreien, da oben. Nummer 2. Und er ist in der Nähe von meinem Dorf, wo ich nicht so gerne hin mag. Hassdorf habe ich es genannt. Ich habe das vorhin schon mal versucht, da habe ich das aber verkackt. Deswegen weiß ich jetzt schon so ein bisschen Bescheid, wo ich hin muss. Na, Sneak? Dann schauen wir mal, ob ich diesmal jetzt nicht verkacke. Außerdem ist jetzt der Hund besser ausgestattet. Der kann mir jetzt ein bisschen helfen. So, dann hoffe ich mal, dass wir hier gleich raus können. Und ich kann mich ja dann noch ein bisschen mit dem Dorf befassen. Wenn ich da sowieso bin. Das ist noch ein Kontrollpunkt von davor. Da hinten, da ist die Stelle. Man sieht, ich habe hier schon noch Markierungen. Die sind noch geblieben. Ah, nein! Ah, Gott. Ich dachte, wir können jetzt hier aussteigen. Oh. Oh. Komm, lass uns mal. Wir müssen... Ich mache mal die Karte kleiner. Da. Minenräumung ist auch... Der Piesel da schon wieder hin. Wir müssen hier hin. So. Hast du hier hingepieselt? Ja, tatsächlich da! Ein Pfützchen. Huch. Begeben wir uns da jetzt mal hin. 360 Meter. Das ist ja nicht so sehr weit weg. Halt. Ey, du solltest das nachladen. Mann, das dauert aber auch. Das nächste. Bin ich heute wieder ungeduldig. So, und hier kriecht der irgendwo rum. Wir laufen mal noch ein bisschen schneller. Der Hund hat ein paar... ...sehr interessante Eigenschaften. Zum Beispiel kann er auch... ...pflanzen finden. So wie die da. Die habe ich aber schon gefunden. Bei meinem ersten Versuch. Noch sehen wir hier nix, ne? Ja. Wir gucken mal. Nein. Hier ist niemand zu sehen. Also es hat ganz gut funktioniert. Ja. Da ist er schon. Der ist hier hinter diesem Felsen. Wird das jetzt hell? 0 Uhr 50. Warum ist denn hier so eine komische... ...gelbe Beleuchtung? Interessant. Interessant. Ich will den ja... ...da. Da oben. Komm, da schleichen wir uns mal ran. Ganz ruhig. Das ist ziemlich dicht. Hier schweben Steine in der Luft. So, jetzt werden wir mal den Hund nehmen. Los, fein töten. Oh, scheiße. Ich habe den falschen Anzug. Aber so geht es auch. Was mache ich hier schon wieder? Wir haben doch das Fultenrettungssystem. Ja, schon erledigt. Wir werden mir auch noch Tiere angezeigt. Also der Hund ist wirklich sehr nützlich. Wir werden jetzt uns mal beeilen, dass wir zu dieser... ...da hinkommen. Genau dahin, wo die Markierungen sind. Ich will mir noch ein bisschen Personal beschaffen. Wenn ich schon mal hier bin. Ist das ein Scheinwerfer oder... ...warum leuchtet das da so hell? Ah, guck. Der Hund zeigt sie mir schon an. Da oben. Mit Plopp-Geräusch. Geil. Äh, hier. Du kannst da bleiben. Der hat jetzt nur C-Fähigkeiten vor. Und war der besser. Da. Der auch. Hier ist diesmal keiner. Da oben. Was bist du für einer erwartet? Analyse complete. Marker placed. Den wollen wir haben. Den holen wir uns als erstes. Nehmen wir einen kleinen Umweg. Wir haben ja noch Zeichnen. Ich kann ja sagen, was ich gemacht hatte. Ich wollte ihn eigentlich... ...betäuben. Der Hund ist klasse, ne? Er macht das Plopp. Blub. Da, wieder ein. Wo denn? Da hinten noch? Ne, da. Und dann ploppen hier die Gegner auf. Das ist schön. Das gefällt mir. Jetzt muss ich bloß noch die Leiter finden. Da hinten ist auch noch eine. Das ist gut. Den muss ich ja... Kann ich ja befragen. Und... Wo? Muss ich denn dann bloß? Vorsicht. Na gut, da kann nichts passieren. So, dann erzähl mir mal was. Wo haben wir das jetzt? Sechs. Noch ein Spezialist. Gut. Den schlaf schön. Ich hoffe, wir haben hier 100%. Gut. Und einen guten Flug, würde ich mal sagen. So, dann wollen wir mal auf die Karte schauen. Fällt keinem weiter auf. Das ist schön. B. Seht ihr? Den habe ich mir schon... ...markiert, den Jungen. Ja, ich wollte das doch so groß lassen. Da ist er. Den wollen wir haben. Direkt da unterm Scheinwerfer. Ich wollte eigentlich hier die Leiter nehmen. So, leiste keinen Splitter ein. Der steht da ganz allein. Hast du noch einen gefunden? Das ploppte ganz schön dicht. Kommt der jetzt hier her? Jetzt kommt der natürlich hier her. Klasse. Wir beobachten das mal. Der kommt auch hier her. Psst. Geht um. Das bin ich. Ich habe kein Horn im Kopf. Ja, das kann sein. Bleibt er hier stehen? Gut. Jetzt stört natürlich der Typ da. Psst. Ist ja gut, Junge. Kannst du aufhören zu hecheln? Ja, es ist warm hier, ne? Geht der vorbei? Oh. Jetzt schläft er. Er geht vorbei, oder? Gut. Kann ich ihn hier anvisieren? Ja. Ne, er geht nicht vorbei. Enemy Presence detected. The map has been updated. Ach, der LKW kommt. Ob das jetzt was bewirkt, dass die sich da bewegen? Ich mag ihn jetzt ungern umschießen. Wir haben ja hier noch auf drei, glaube ich, die Magazine. Geh mal da hingucken. Das wird mir so gefallen. Kommen die jetzt hier her? Nee. Scheint geklappt zu haben. Wir bringen mal ihn ein Stückchen weg. Am besten hinter dem, das Haus hier, hinter dem, hinter dem Gebäude, hinter dem Haus. Kann man auch sagen. Meine Fresse. So. Was ist denn hier jetzt noch was lohnenswertes? Guck mal auf die Karte. Guck mal, was hier noch an Ressourcen ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist das? Einfaches Metall. Naja gut, das ist nicht so Wahnsinn. Müllcontainer. Aber es ist genau da drinnen in der Höhle der Löwen. Ich könnte mich ja zum Beispiel um ihn da kümmern. Die Geschütze hätte ich auch noch gern. Der kommt hier her. Würde ich sagen. Hup. Die Navigation ist etwas schwierig. Kann ich mit Didi irgendwas machen, dass er bei mir kommt? Warte. Ah, der bleibt liegen. Gut. Können wir? Kann ich nicht. Dazu liege ich hier zu ungünstig. Ich würde natürlich gern wissen, bevor ich ihn... Ach so, da sehe ich es ja. C. Na gut, okay. Hier ist nur ein Karton. Was bist du für einer? Auch ein C. Der ist müde. Nix mit Stor. Ich nehme die beiden mal mit. Ganz provokant. Weglaufen kann ich immer noch. Die nehmen noch mehr mit. Eiskalt. Klauen die mal hier die Ausrüstung. Ja, der oben hat was gemerkt. Ich habe es schon gehört. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Wenn das alles wegfliegt. Da kann ich nicht mitnehmen. Und läufst du wieder nicht? Ich wollte nur ein bisschen Abstand gewinnen. Ich würde da ja gerne rein. Ja, ich brauche noch eine mit Schalldämpfer unbedingt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Zum Glück kann ich immer noch abhauen. Das ist ja hier keine... Der wäre auch nicht so unwichtig. Da hat er noch ein Gedeck mit Scharfschützengewehr... Äh, mit Dings. Noch ein? Nein, nur die. Halt, ich muss die Waffe natürlich auswählen. Den nicht. Den auch nicht. Noch ein? Ach, der klettert da oben rauf. Was bist du für einer? Wartet. Na ja, gut. Ach. Dann machen wir die Markierung mal weg. Ich kann den Marker nicht wegsetzen. Den kann ich nicht markieren. Na gut. Jetzt stehen die alle hier. Interessant. Warum tut ihr das? Meint ihr, das ist besser? Ich will da rein. Ich will die Sachen haben. Ich will, ich will, ich will, ich will. Wir gucken mal hier. Ja, ein Sandsturm. Wie auf Bestellung. Ich will noch was anderes machen. Nee, die brauche ich jetzt nicht. Jetzt nehmen wir mal wieder die. Ich glaube, hier kam man rein, ne? Huch. Hier ist das Fenster. Kann man nicht sehen, ne? Gehen wir mal ins Haus. Geht das auch hier unten rein? Ja, hier geht's auch rein. Nein. Ah, der LKW ist wieder da. Ich guck auch gar nicht, ne? Brenn zielstrebig hier ins Haus. Hier ist nix weiter, ne? Da liegt noch was. Hier liegt auch noch was. Hier noch. Ganz viel. Oh Gott, oh Gott. Ich mach hier wieder einen Blödsinn. Fühl mich mutig. Da gehen wir gleich hoch. Ah, hier ist noch was. Ah, hier ist noch was. Ah, hier ist noch was. Einen Spezialisten gibt's noch. Jetzt kann ich aber die Map nicht benutzen, ne? Jetzt gucken wir mal auf der Karte nach. Da hinten ist noch einer. Da. Jetzt muss ich hier aber erst mal wieder... rauskommen. Würde ich sagen. Der Kette könnte mich da sehen, ne? Uh, vorsichtig, 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 vorsichtig. Nichts Falsches machen wir jetzt. Höh! Gut. Ich hab'n Idee. So, hier ist keiner. Ah, hier. Die nehmen wir auch noch mit. Wir haben den noch markiert. Wo ist'n der? Ach, der ist da rein. Na gut. Der da oben ist wieder wach. Uh, 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 uh. Ah! Psst! Sei ruhig. Ja, ich weiß. Schnell, schnell, schnell! Ich muss mich verstecken. Das klang, als ob die... Ach, da oben. Ich hab' ja hier noch meine... Meine... Oh, die Zeit verrinnt. Aber hier sind zu viele. Aber vielleicht können wir ihn anlocken. Anlocken? Der ist ja ziemlich dicht. Mit der 3? Okay. Stört ihn nicht? Das stört ihn. Nur du. Komm her. Komm her. Höh. Oh, nimm ihn schnell. Komm, 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 komm. Oh, gut. Gut. Ich würd sagen, das reicht jetzt. Da kommt wieder der LKW. Wir verpieseln uns. Ja, den hole ich raus. Den krieg ich mal da drüben. Müssten auch welche sein. Nein, sind gar nicht. Kommt die mit? Ja. Komm mal ein bisschen mit. Junge. Wir holen uns gleich einen Hubschrauber. Das machen wir gleich. Ich werd mich jetzt mal hier hinter dem Stein verstecken. Ich bin jetzt erstmal so zufrieden. Das lassen wir so. Da bist du auch total unauffällig. Ich weiß. Oh, das wird wieder eine lange Mission. Hubschrauber. Den Spaß gönne ich mir noch. Halt. Das ist falsch. Was habt ihr denn hier für Sorgen? Ich drück jetzt E. So, geht das jetzt? Ja. Der ist nicht kaputt gegangen. Kacke. Komm, wir gehen zum Hubschrauber. Ja, ja. Jetzt sind die erstmal beschäftigt und achten nicht auf, was da draußen passiert. Hoffentlich ist auch egal. Wir wollen zu unserem Hubschrauber. Ich hätt auch so unten langlaufen können. Naja, egal. Ich bin jetzt da. Da kommt er. Und wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.